Musik Lora Lieblingsplätze Die Lora City Managerin Simone Neubauer hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir unsere wunderschöne Innenstadt von Lora Main noch schöner machen können. Wir werden unterschiedliche Plätze in der Lora Innenstadt temporär bestuhlen mit Möbeln, mit Dekorationselementen und werden einfach die Leute einladen, dort Platz zu nehmen und zu verweilen und es sich gut gehen zu lassen. Aber diese temporäre Bestuhlung ist nicht alles. Zu den Lora Lieblingsplätzen werden sich ganz viele AkteurInnen in der Lora Innenstadt anschließen, werden Aktionen beisteuern, werden das Thema aufgreifen, werden die Plätze bewirten, werden kleine Veranstaltungen organisieren an den Plätzen. Das Programm ist noch nicht final, aber man kann echt gespannt sein. Es wird einiges geboten sein in den nächsten zwei Monaten. Kommen Sie in die Lora Innenstadt. Die Lora Lieblingsplätze sind ganz leicht zu erkennen. Wir haben rote Fähnchen an jedem Lieblingsplatz aufgebaut. Die Aktion läuft im kompletten August und September, vielleicht sogar noch in Oktober hinein, wenn das Wetter schön ist. Und ganz besonders möchte ich Sie auf unseren Fotowettbewerb aufmerksam machen. Zeig uns deinen Lora Lieblingsplatz, Einsendungen an Citymanagement. Wir haben tolle Preise zu gewinnen und freuen uns über tolle Bilder aus unserer Stadt.